warum alte seelen alles dafür geben die wahre liebe zu finden die wahre liebe und nichts als die wahre liebe alte seelen haben schon viel erlebt auch wenn sie sich an ihre vergangenen inkarnationen nicht bewusst erinnern können so bleibt doch in jedem neuen leben die spur einer ahnung zurück erkennen können wir solche wanderer durch die ewigkeit angeblich an den augen sich gegenseitig erkennen können sich diese lang gedienten seelen aber allemal sie sind wie erfahrene legionäre wenn es um das leben geht trotzdem müssen auch sie immer wieder zurück an den start was die liebe betrifft so kommen sie mit hohen ansprüchen im gepäck des weges warum das so ist erklären wir dir in unserem heutigen podcast nummer eins ihre intuition lässt sie nie im stich was wie ein klarer vorteil klingt ist auf freiheitsfüßen gar nicht so leicht zu managen denn die intuition der alten seelen schlägt sofort alarm sobald ein menschen nicht vertrauenswürdig erscheint manche dieser frühwarnsysteme sind so fein justiert das alte seelen kaum neue kontakte knüpfen können nummer zwei eine alte seele kommt immer mit gepäck wer schon oft gelebt hat trägt fraglos narben und alte wunden mit sich herum gerade liebes dingen lassen alte seelen daher lieber vorsicht walten bevor sie erneut enttäuscht oder verletzt werden erschwerend hinzu kommt dass sie sehr genaue vorstellungen von der liebe haben sie wissen was ein mensch einbringen kann und wie echtes interesse und engagement aussehen nummer drei zwillingsflammen werden bevorzugt alte seelen haben die first class der liebe schon mindestens einmal kennenlernen dürfen und wer den luxus einer zwillingsflammenbeziehung jemals erlebt hat wird so schnell keine abstriche machen manche alten seelen hoffen in jedem ihrer neuen leben auf diese magische verbindung die sie komplettiert allerdings sieht unser seelenplan dieses aufeinandertreffen nicht für jede reinkarnation vor nummer vier körper geist und gefühl müssen harmonieren alte seelen mögen in jedem ihrer leben einen neuen körper für ihre reise mitbekommen entbehrlich wird dieser dadurch aber nicht das erotische sexuelle und leidenschaftliche ist ihnen wichtig da sie den stellenwert von intimität schon mehrfach kennen und schätzen lernen durften doch auch geistig und emotional muss ein mensch ziehen und passen nummer fünf ihre freiheit schätzen sie auch in beziehungen es könnte kompliziert klingen ist für alte seelen aber ganz einfach und auch nicht verhandelbar sie wollen in einer beziehung nicht verschlungen werden oder sich in ihr auflösen schall und rauch sind für niemanden so auch nicht für ihre lebensmenschen sie werden sich stets ein gewisses maß an unabhängigkeit in der liebe bewahren und sich keinesfalls die flügel stürzen lassen nummer sechs sie suchen nach ihresgleichen das sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern trifft auch auf alte seelen zu wenn es die umstände erlauben wäre ihnen eine partnerin oder ein partner natürlich am liebsten die sowie sie schon erfahrene zeitreisende sind alte seelen möchten sich ihrem lebensmenschen nicht erklären müssen treffen sie auf ihresgleichen bleibt vieles ungesagt dass keiner worte bedarf nummer 7 wer 100 prozent gibt will im gegenzug nicht weniger in sachen liebe könnte uns nichts besseres passieren als eine alte seele in unser leben zu ziehen sie weiß was sie möchte und was nicht ist loyal und integer und kennt sich in dieser welt bestens aus partnerschaften mit alten seelen haben ein solides fundament und sind nicht auf sand gebaut daher wollen diese wiedergeborenen eine partnerin oder einen partner von denen sie nichts weniger als das erwarten können nummer 8 sie wollen diesen menschen ihr herz und ihre seele öffnen liebe geht immer auch mit verletzlichkeit einher alte seelen wissen das und sind bereit diesen preis zu bezahlen trotzdem führt diese erkenntnis dazu dass sie sich bei der wahl ihrer lebensmenschen erst recht nicht blenden oder zu voreiligen schlüssen hinreißen lassen ein mensch muss sie auf ganzer linie überzeugen nummer 9 alle gefühle sind hoch intensiv für sie die liebe ist kein spiel und für alte seelen erst recht nicht fast könnte man meinen ihr gefühlsleben potenziert sich mit jeder ihrer wiedergeburten sie empfinden freude lust trauer schmerz mut und angst um ein vielfaches intensiver als jene weggefährten die noch nicht so oft in diese welt zurückgekehrt sind wie sie nummer 10 ihre persönlichkeit ist sehr ausgereift ein leben in unendlich vielen zeitschleifen macht zweifellos etwas mit uns auch wenn wir uns bewusst nicht an all diese vergangenheiten erinnern können reinkarnation trägt unsere persönlichkeit dennoch seelen verfügen über eine seuche was sie suchen ist mit einfachen worten daher schwer zu beschreiben eine andere seele vermutlich dieser blickt erkennt und sofort bescheid weiß nummer 11 verbindlichkeit in allen lebenslagen alte seelen wissen um die bedeutsamkeit des lebens jedes einzelne davon ist ein geschenk und sollte nicht mit geringschätzung betrachtet werden für die liebe bedeutet dies qualität um jeden preis wer mit einer alten seele durch ihr neues leben gehen darf muss verlässlich integrier und absolut loyal ihr gegenüber sein nummer zwölf authentizität gewinnt wer versuchen möchte alte seelen zu belügen oder ihnen eine komödie vorzuspielen wird damit nicht weit kommen für potenzielle partner bedeutet dies ehrlich wert am längsten und authentizität gewinnt nummer 13 heilen ja reparieren nein es hat vorteile schon oft gelebt zu haben zum magier oder zur hexe wird man dadurch aber nicht wenn menschen sich von ihren liebsten erwarten dass diese ihre wunden heilen und sie wieder ganz machen haben sie sich leider geschnitten alte seelen sind in gewisser weise schon heiler aber irreparable schäden können und wollen aus sie nicht reparieren unser heutiges fazit alter schützt vor liebe nicht die weisheit unendlich vieler reinkarnationen lässt uns nicht immun gegen die liebe werden im gegenteil hohe ansprüche sammeln sich im laufe vieler leben an und wir wissen irgendwann instinktiv was wir uns in sachen lebenspartner vorstellen können und was nicht alte seelen haben keine bewusste erinnerung an ihre früheren existen doch ihr unterbewusstsein und ihr undrücklicher instinkt für alles zwischenmenschliche sind wie ein kompass der sie verlässlich durch die untiefen der liebe geleitet viele von ihnen leben und lieben nach dem motto alles oder nichts sie bleiben lieber allein als sich mit einer kompromissbeziehung abzufinden oder hinter ihren möglichkeiten zurück zu bleiben wenn ihr unser heutiger podcast gefallen hat dann gibt uns gern einen daumen nach oben und um keine neuen beiträge zu verpassen abonniere unseren kanal spirituelle welt das war's für heute vielen dank und bis bald das war's für heute